Stefanie Hertel war wieder mittendrin statt nur dabei. Diesmal im sonst so beschaulichen Begunje in Slowenien. Aber wenn das Ausenik-Festival ruft, kommen sie alle. Die Kapellen und viele tausend Fans der Oberkrainer Musik aus ganz Europa. Stefanie Hertel spricht und musiziert mit den Festivalkünstlern und hat auch einen eigenen Gala-Auftritt zusammen mit Sascho Ausenik. Und dann sind wir einfach stolz, dass diese Musik weiterlebt durch uns, durch alle anderen Oberkrainer Interpretern. Stefanie Hertel mittendrin vom Ausenik-Festival 2017 am 19. Oktober um 20.15 Uhr.